hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play lego harry potters die jahre 1 bis 4 also ich habe nachgeschaut und zwar ist es so dass diese bibliothek von also ich hab's jetzt einfach mal so genannt einfach in der bibliothek da gibt es eventuell einen bekannten bug anschein und ja also vielleicht ist da nichts mehr vielleicht war da nie was ich weiß es nicht ich werde einfach mal nachschauen wenn es da was gibt dann ist es gut und und wir haben schon 92 prozent vom ganzen spiel wieso wir immer hier starten wenn wir zurück nach hobert gehen verstehe ich auch nicht ganz ist aber schon okay also ich möchte eigentlich sehr gerne erst mal wieder netzlich machen und ihm das wegen den bösen tauren machen ja okay haben wir gar nicht ich kann sagen nehmen wir snape aber wir haben den snape gar nicht nehmen wir also cut lucius wieder hier hatten wir jetzt alles ja ja gut alles gut alles alles fertig gut eigentlich ist mein plan in die große halle mal wieder zu kommen ich weiß nicht genau wo man da durchlaufen muss jetzt drei anzeigen ich habe keine ahnung wo diesen ich habe keine ahnung wo diesen ich habe keine ahnung wo diesen jetzt ist denn hier hin ooooh da oben ist Snape hallo achja dieser Raum kann Vale wir lauchen diese Goblins ... ja und da ... ... Nein, du kannst das schon machen, da. Kommt hin. Das ist der falsche Goblin, der da. So, und der schließt uns das jetzt auf. Und dann haben wir hier... Schlusell! Und dann kommen wir hoffentlich endlich da hoch. Ah, jetzt müssen wir hier, ja. Okay. Oh, gut. So. Schauen. Mal da hoch. Ah, nein. Nein. Oh. Fast, fast, fast runtergefallen. Ja. Nimm. Punktezahl mal 10. Ja, nein, ich geh das nicht holen. Wir haben bestimmt genug, ähm... Oh, jetzt hab ich den untersten Teil nicht mehr. Äh. Klick. Ähm, genug... Geld. Wir haben, um alles zu kaufen. Oho, ich bin alt genug. Er hat zwar keinen Bart, aber es gilt trotzdem. Und hier entnahmen wir Snape. Endlich. Professor Snape. Jaaaa. Ich mag ihn. Auf jeden Fall. Das haben wir eigentlich alles gemacht. Aha, deswegen... Deswegen gibt's hier den Altruhenstrang. Piranha sind im Essen. Jo. Mir hat's nichts mehr. Ups. Hat... äh, wollte nicht helfen. Weiß nicht so. Kann man den abschießen? Na gut. Dann gehen wir. Ähm. Ja, wie komm ich denn hoch? Ähm. Na, das war da links. Und dann kommt man doch zu dieser Treppe. Nicht. Kommt man hier raus? Oder kommt man zu dieser Treppe? Jaaaa. Genau hierhin wollte ich. Jaaaa. Gut, links hat's anscheinend noch was. Schauen wir noch schnell. Achso, ja. Die Hexehinweis. Gibt's hier hinten gleich, wie weiß? Äh, ja. Okay. Jetzt könnte es eine Barszene gehen. Verdammt! Aber cool, wir sind mal hier drin. Könnten wir noch nie hier drin sein. Oh, sorry. Ich bin Dumbledore. Ich bin der Herrscher dieses... ...Schule. ... ... ... ... ... ... Ruf... Rufey. Ist das... Awww... Ich dachte, er geht jetzt da rüber und... ... ich tue mir das an. Okay, dann macht's halt die Fackel. Die kein Feuer hatte. Ah, gut. Der macht das gleiche. Ah, ein bisschen dem Essen. Ah, Louis ist doch da. Den darf ich das nicht machen. Ah, Louis ist doch da. Den darf ich das nicht machen. Was ist da? Die Geister... Ich weiß nicht, wieso... ... es... ... Geister hat... ... im Hauptort. Äh, okay. Ich will kurz sagen, jetzt habe ich bestimmt eins über sie. Wieso macht er das nicht? Ja. Oder hat er das jetzt gemacht? Haa... Könnt ihr mal laufen reden? Gut, geht auch ohne. Oder hat's nen Truhtan jetzt? Und er lebt wieder. Hier ist du hin. Mhm. Mhm. Der muss hier rum... ... umrennen. Aaaah, okay. Der Truhtan war das Geschenk. So bitteschön. Wie war das dat? Oookay. Ich weiß nicht, was die machen. Ah, verdammt, ich komme nicht hier runter. Doch, oookay. Dann... ... war's das hier? Okay, das ist keine Kerze. Das ist eine Kerze. Es sind doch eigentlich so viele Kerzen überall. Das ist eine Kerze. Fass dich mal. Zumindest. Okay. Okay, ciao. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Schreibt mal ne... ... Passkarte, ihr Kerzen. Hm. Ich dachte, jetzt hätte ich... Also das war eigentlich in der... ... das war eben in der... ... Haupt... ... im Hauptstar. Hm. Das ist ja noch was. Außer den... ... Ton. ... ... 꽃t. Das ist nicht mehr. Das ist zu lange her. Hey, mach auf! Ist das nicht auf? Ist das jetzt einfach nicht auf? Blöd. Okay. Dann nicht. Wie komm ich da oben hin? Keine Ahnung. Wie im jungen Toilette. Wie hier noch was, oder was da alles? Hm, sieht so aus, hätten wir alles. Geht wieder raus. Der kann nix, der kann nur rollen. Geht die in die Toilette? Ich hab doch auch lange Haare. Okay, das geht nicht. Alles klar. Ähm, dann gehen die da raus. Ja, da liegt der Dach. Das hat die ganze Zeit... Hey, Toilette. Mach ganz gut. Wow. Es ist hier einfach nix. Das ist doof. Guck mal da runter. Ich will aber da runter. Das sieht so aus. Das kennt man. Stiehl. Hm. Oh, ist ein Weg. Ach, verdammt. An ihm nicht. Okay. Wo hat das denn noch was, das wir brauchen können. Hier geht's zur Treppe. Ja. Die Treppen. Ich geh erstmal raus. Nein, hier geht's nicht raus. Verdammt. Oben. Oben hat's noch was. Das hier. Oben. 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 Wie trägt sie eigentlich? Das nehmen wir von uns Ravenclaw, super. Aber hier fehlte doch das Dings. Hä? Da ist sie auch wieder weg. Die sind grün. Die wären Ravenclaw. Kann nur nicht sein. Wie läuft denn die? Wie läuft denn die? Nein. Ich will ihn wieder lachen. Raus. Kein Problem. Schau mal wie sie läuft. Dann lass ihn raus. Hm. Ach Gott, ich kann hier nur ein Ravenclaw raus. Durchschauen. Hier hat's nix. Ja. Ich glaub ich geh gleich ähm. Wie heißt's? Wir müssen die Story weitermachen. Also Story. Die letzten Kapitel zu spielen. Ach komm, gehen wir einfach. Zum Tropfen im Kessel. Können wir gleich da hinrennen. Und das mal 10 holen. Ich tue's jetzt trotzdem. Ist mir egal. Jetzt können wir wieder Snape kaufen. Ey, jetzt haben wir alle. Und zahl mal 10, dass die gibt. Cool. Hier haben wir auch alle. Ja. Ich glaub die Skelette sind einfach so da. Ich glaub nicht, dass... Irgendwas wichtiges ist. Bestimmt nochmal ein Harry von, keine Ahnung was. Vom letzten Jahr. Wir haben hier noch ne weiße Hexe irgendwo. Und nochmal was. Nochmal jemanden meine ich. Den da. Das geht auch nicht nennen, wenn ich sein Zimmer. Das wird schon. Ach ja. Ja, die Mutter von denen hat mir auch noch. Cool. Ich glaub das wär's gewesen. Ich glaub schon, ja. Erstmal speichern. Und jetzt geht's los ins Abenteuer. Jaaa. Hier hüpfe ich einfach. Aber in einem anderen Spiel würde ich jetzt die ganze Zeit runnen. Wär ein bisschen schneller. Egal. Hier haben wir alles. Und hier fehlt einer am Anfang, hab ich gesehen. Das hab ich voll... Nichts... Angedacht. Hab ich nicht gemerkt. Also... Also... Also ich hab nicht nahe geschaut. Ich hab nur gesehen, dass einer fehlt. Die schwingen... Die schwingen... Ich will das hoffentlich schnell... ...machen. ...mh... 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 Hm. Okay. Okay. Mein Bildschirm, das hab ich auch schon. Also hier anscheinend noch nicht. So. So. Ein bisschen umbeißen. Ach, zu viele Kaka. Klick. Klick. So. 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 Oh! Oh, Jesus! Kommst du raus? Gut, und wen wird's einmal noch hinzuholen? Oh Gott. Kann ich Harry helfen? Oh, doch nicht. Doch, doch noch. Können wir weiter. Ah, bitte glöd. Charakterfühler, ja. Charakterfühler, genau. So ist das. So, gut fast. Kommt schnell raus. Ich muss für Harry suchen. Und dann zeig ich das an, alles klar. ist ich habe verstanden ich weiß nicht, ich springe ich komm so hä, den hat man hier doch schon ich den nicht angesammelt blöd Gut, dann können wir jetzt weitergehen. Das ist halt nochmal. Komm. Gut. Ach ja. Hm. Falscher Zauber. Kann das sein? Jetzt müssen wir noch einen Zaubertank machen. Uuuuut aaaaaaah. Ist er stark genug? Nein, ist er nicht. Ok. Dass man hier nicht hält, glaube ich, so kann. Ja. So unglaublich. Lass mir das von mir abfallen. Ja, komm her. So. Danke, Skellett. Warum? Da war er. Hey, hab mich erinnert. Natürlich kann man da nicht durch. Nein, das geht nicht. Das sind bloß Überreste von einem Zell. Ja, bitte schön. Carsten, meine... Äh. Pff. Polizist. Lucius. Lucius. Aha. Stimmt mich an, ich kann alles. Ich habe die Korsche. Ich hab mich amлетgen. Du hast keine Korsche. Ich habe diesen Koppel. Da kommt auf. Da muss ich keine Koppel. Ja, ich habe mein Koppel. Ich habe ihn am Koppel.